So Freunde, wir hören auf über... Oh, warte mal was, wir fangen an, wo wir aufgeregt haben. Haha. So. Und jetzt... geht weiter. Ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert, aber es passiert wahrscheinlich gleich was. Kick it! Kick it, du Mongo! Oh. Oh. Eine fremde Erinnerung oder so ähnlich. Ich hab keine Ahnung, warum du hierher geführt wurdest, aber ich muss sagen, schon gar nicht grafisch, schaut das irgendwie ziemlich geil aus. Ziemlich geil! So, komm. Ab in den Barn. Da gibt's hier vorher noch was zu entdecken. So wie zum Beispiel Munition. Ich hätte da immer gerne volle Sachen. Aber ich glaub, das wird mir hier verboten. Ist da hinten irgendwas? Nein. Gut. Wenn da hinten nichts ist, dann... ist da hinten nichts. Dann gehen wir jetzt rein. Wir gehen in die... Laura, wo bist du? Oh Gott, bless. Das sind noch immer die Ru-Wings. Fuck, die ist so gruselig. Ich hab Angst vor dir. Die ist komisch. So scheiße. Hinten. Was geht hier ab? Fuck, so ist nie zu mir. Das ist so gut geworden. What the... Oh, what the fuck. Schau, wie gruselig die komische ausschaut. Aber jetzt weiß ich auch, warum der so hässlich ist. Ich erkläre dir einiges. Er sieht einen Hater ab. Oh, shit. Ich hätte besser hier rausgekommen. Da. Da. Ja, dann. Ich hoffe, ich begegne jetzt nicht der guten Dame. Ja, wie soll ich darauf kommen, Lustiger? Okay, Dame ist vielleicht... Ich lasse ich das runter und jetzt komm, drück, drück, wir sind in den Lebensgefahren, oder? Drück! Drück! Drauf! So, wo der vor... Äh... Äh... Jump! What the fuck? Kannst du überhaupt irgendwas? So. Spam... Leertaste. Warum ist der da nicht drüber gesprungen? Dann... Dann da gar nichts. Nochmal drauf schiebst. Meine wertvollen Pistolen... Meine wertvollen Munition. Was ist? Was ist? Was ist mit dir? Da... Da... Komm! Da steht da überhaupt irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Hm? 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 Wir fahren wieder rauf... Und jetzt... Komm spring doch! Spring doch einfach! Und halt dich an die scheiß Leute fest! Okay... Okay... Also dringend kann es nicht sein, dass wir flüchten müssen! Ja, sonst würde die... Und die Munition respawn da auch die ganze Zeit, das ist ja geil! Weil... Ich kann mit Munition hierher cheaten... Sozusagen... Weil die wieder respawn... Weil die schon damit rechnen, dass wir zu hinten sind! Und... Und... Ah... 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 Was meiner Freundin muss ich tun, ich weiß es nicht. Er will ja da nicht rüberhüpfen. Er will es einfach nicht tun. Nimm jetzt deinen Boys in die Hand und spring da rüber. Komm! Hau! Hau! Ah. Ja, was muss ich machen, ich verstehe es nicht. Warum komme ich da nicht raus? So, hier liegt schon wieder Munition rum. Kann ich da was machen? Oh, da kann ich auch was machen. Hey! Hey! Das hätte man natürlich auch bemerken können. Ich vollidiot. Könnte natürlich auch springen, wenn man actionreich sein möchte. Wo komme ich nicht drauf? Ja. Auf geht's. Oh, mir ist die doch abgebrannt. Oh, hau raus, Kollege. Oh! Okay, bleib drinnen, Kollege. Der Fette ist wieder da. Komm ich jetzt raus. Was gibt's denn Fette? Was sag ich? Was weiß ich? Ja, was? Mach mir keinen Damage. Ach so mache ich ihm Damage. Ja, komm. Hey, das ist jetzt hässlich. Hey, wie viele? Hey, 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 hey! Unfair. Das Spiel ist gecrashed, Kollegen. Komm, was ist. So, Freunde, wir sind dort, wo wir aufgehört haben, nachdem das Game gecrashed ist. Und zwar im Kampf gegen... Keine Ahnung, was auch immer. Gegen welche... Oh, what the hell? Gegen irgendwelche... ...Bombies. Gerade einfach so herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier aushalten muss, sondern für den Mund die ganze Zeit... Oh, der ist... der ist nett. Sehe ich dem schon an. Oh, der hat gedreht. Oh, ich... Oh, go. Oh, go. Hey, ich brenne gerade. Hey. Eieiei, aber wenn ich die verbrenne, komm. Pum. Ah, hat nicht funktioniert. Ich glaube, noch zwei Schuss. Der ist tot. Ah, was passiert jetzt? Dann habe ich zugeschlagen. Gut. Da liegt ein Hirn am Boden. Da trifft der Spruch wenigstens zu. Gott hat Hirn regnen lassen. Oder keine Ahnung, ob das in dem Fall. Gott ist ja nicht, wer hat Hirn regnen lassen. Und der Kampf ist immer noch hart am Toben hier. Es geht immer noch... What the hell? Regt noch immer. Oh. Dropped. Donked! Und der fährt jetzt da rein. Ist das... ...echt der Ruvik? Der nimmt sie. Taut jetzt gleich ab, oder was? Er schreit rum. Ich steh da hinten. Aha. Was? Ja, okay, ich bin wieder im Haus. Super. Ich verstehe es ja immer noch nicht. Beatrice, bitte. Du musst essen. Du musst deine Kraft halten. Meine Kinder. Ich will... Beatrice, wir haben durch das. Hm. Sometimes höre ich seine Sprache. Aha. Sometimes höre ich seine Sprache. Das war's. Das ist da so drinnen. X. Das ist zu. Da gibt's auch nichts zu entdecken. Wir zwängen uns durch den... Schrank. Jetzt geht's zu. Und das war's mit dem Kapitel 9. Ich hab keine Ahnung, wie lange das Völkchen hier jetzt schon am Laufen ist. Aber ich speichere erst mal. Soll ich noch kurz was sagen, Freunde? Nämlich... Was? Zur Hölle. Ist gerade eben passiert. Ich verstehe es nicht. Wir waren in Rubiks Haus. Wir waren in der Farm. Die eine... Also die Schwester von Rubik ist hart abgebrannt. Ich glaub, das ist das Blutteil war der Rubik. Also der Typ da. Und... Jetzt sind wir wieder im Haus. Und jetzt waren da gerade seine Eltern. Und jetzt sind wir da rein... Keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, so wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.